Herzlich willkommen zu meinem neuen Lieblingsvideo und damit auch herzlich willkommen zu meinem neuen Format. Das Format heißt, was ist das Besondere am... Hier werde ich das Besondere, die positiven Punkte von technischen Geräten beleuchten. Natürlich haben ja auch die besonders negativen Punkte Platz in diesem Video, beziehungsweise in diesem Format. Als erstes Gerät in diesem neuen Format geht es um das Redmi K50 Gaming Edition, beziehungsweise wir haben hier nicht nur das Redmi K50 Gaming, sondern was ganz Besonderes, sagen wir es mal so. Ich habe es jetzt schon tagelang getestet und ein paar Besonderheiten sind mir hier auf jeden Fall aufgefallen. Welche genau? Schauen wir uns direkt nach dem Intro an. Nutzt gerne die folgenden 6 Sekunden für ein kostenloses Abo, ich würde mich freuen. Ich bin mal gespannt, ob ihr es innerhalb der 6 Sekunden schafft, auf den roten Abo-Button zu klicken, dann noch auf die Glocke und auf alle. Und das innerhalb der nächsten 6 Sekunden nur. Ich bin gespannt, ob ihr es hinkriegt. Vielen Dank schon einmal. Bis gleich. Besonders ist das Redmi K50 Gaming zum einen, weil es es gar nicht in Deutschland zu kaufen gibt, sondern beispielsweise könnt ihr es importieren bei Online-Shops wie zum Beispiel Trading Shenzhen. Von diesen Mädels und Jungs habe ich netterweise auch das Testgerät hier zur Verfügung gestellt bekommen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr alle Links, die es dann zu Trading Shenzhen bzw. diesem Gerät hier führen. Dann könnt ihr euch das alles nochmal in Ruhe angucken, auch was es für verschiedene Modelle gibt etc. pp. Das Interessante bzw. auch Besondere ist, dass die Redmi K-Reihe aus China meistens für coole Mittelklasse-Smartphones dann hier in Europa genutzt wird bzw. das Modell an sich kommt dann hierher mit einem anderen Namen, also Rebranden sozusagen oder Rebranding. Also die Redmi K-Reihe sollte man sich hier auf jeden Fall anschauen oder immer anschauen, wenn die dann rauskommt in China. Wenn man wissen möchte, jetzt auf Redmi K50 bezogen, wie eventuell das Poco F4 oder Poco F4 GT oder vielleicht auch ein Poco F4 GT Gaming Edition meinte ich. Ne, nur Gaming ohne GT, sorry. Ich weiß selber noch nicht, wie es heißen soll, aber wir werden es dann wahrscheinlich irgendwann erfahren, wenn Poco das Smartphone rausbringt. Weil das Gerät wird sehr, sehr ähnlich zu diesem hier dann aussehen und von der Hardware her sehr gleich sein. Mittlerweile wurde aber auch schon das reine Redmi K50 ohne Gaming Edition, also nicht so wie hier, sondern die Nicht-Gaming Edition vorgestellt. Also das heißt, wenn ihr euch für das Poco F4 interessiert, dann guckt euch mal gerne das Redmi K50 an. Das unterscheidet sich aber auch gar nicht so stark von dieser Gaming Edition hier, weil die Kamera vom Redmi K50 ist ein bisschen schlechter. Aber auch nur minimal als hier bei der Gaming Edition. Denn bei der Nicht-Gaming Edition gibt es einen 48 Megapixel Sony IMX 596 Hauptsensor. Und hier bei der Gaming Edition haben wir einen 64 Megapixel Sensor drin, um genau zu sein, einen Sony IMX 686 Hauptkamerasensor. Die restlichen Kamerasensoren sind jedoch komplett gleich. Wir haben hier eine 20 Megapixel Frontkamera bei beiden Editionen oder bei allen Editionen, die es vom Redmi K50 gibt. Es gibt eine 8 Megapixel Ultraweitwinkelkamera, ist hier hinten noch verbaut und eine 2 Megapixel Makrokamera. Glücklicherweise oder unglücklicherweise könnt ihr selber jetzt euch aussuchen. Aber am Kamerasetup gibt es nichts Besonderes euch zu erzählen. Von daher gehe ich sofort mal von dem Thema weg, weil die Hauptkamera ist okay. Restliches Setup hat mich um ehrlich zu sein eher enttäuscht. Also vielleicht ist es eher eine negative Besonderheit sozusagen. Bis auf den SoC und das Display wird es dann aber auch keine großen weiteren Unterschiede geben zwischen der Gaming Edition, die ich hier habe und der erwähnten Nicht-Gaming Edition so rum. Der SoC ist nämlich hier kein Mediatek, sondern der neueste Qualcomm SoC. Der Snapdragon 8, Generation 1 oder Generation 1 auf Deutsch. Mein Testgerät hat hier im Übrigen, weil es ja auch die Redmi K50 Gaming bzw. Special Gaming Edition ist, im Übrigen 12 GB LPDDR5 RAM und 256 GB UFS 3.1 internen Speicher. Wir sehen hier auch schon alle anderen Specs, falls ihr euch dafür interessiert. Wir haben auch einen 4750 mAh großen Akku verbaut, den wir mit 120 Watt übrigens schnell laden können. Aber es ist jetzt nichts krass Besonderes, das kennen wir schon so von vielen Geräten, vor allem von vielen Xiaomi-Geräten. Aber 12 GB LPDDR5, was ich eigentlich damit aussagen will, ist, dass wir hier eben ein Gaming-Smartphone haben, wie der Name schon sagt. Und deswegen ist das natürlich ein positiver Fakt dieses Teils hier, dieses Smartphones. Ihr könnt damit alle Apps und alle Games, auch die ganzen anspruchsvollen Games, problemlos nutzen bzw. natürlich zocken. Das Display braucht man hier in diesem Format nicht hervorheben. 6,67 Zoll, Full HD+, AMOLED, 120 Hz Bildwiederholrate. Alles im Grunde okay, aber WQHD+, wäre nett gewesen. Der Preis liegt bei der Redmi K50 Gaming Edition, die ich hier getestet habe, bei Trading Shenzhen aktuell bei 707 Euro. Das ist aber auch eine Special-Variante hier von Redmi K50 Gaming, nämlich die, wie ihr vielleicht schon erkannt habt, die Champion AMG Edition. Die normalen Versionen kosten dann ein ganzes Stück weniger. Und in der Videobeschreibung findet ihr natürlich alle Links zu allen Modellen. Besonders an der Champion AMG Edition ist das etwas andere Design. Das Mercedes-Design, um genauer zu sein. Oder um noch genauer zu sein, das Mercedes-AMG Petrona Formel 1 Design. Auch hier haben wir sehr gute Materialien, Glas hinten, Glas vorne, einen Metallrahmen. Die Verarbeitung ist 1A und das Smartphone fasst sich auch wirklich sehr, sehr, sehr hochwertig an. Die 210 Gramm, die das Smartphone hier wiegt, tragen dem auch nochmal irgendwie bei, finde ich. Also ich finde es gar nicht schwer. Ich finde dadurch wirkt es einfach, weil die Materialien hier auch so gut sind, es wirkt dadurch einfach hochwertiger auch nochmal. Wenn es jetzt irgendwie 120 Gramm wiegen würde, dann fände ich es für so ein Modell zu leicht. Ein paar Besonderheiten sollte uns so ein Gaming-Smartphone auch noch bieten. Und das macht das Redmi K50 Gaming auch. Wir haben hier mega geil klingende, hier steht es auch direkt drauf, JBL-Stereo-Lautsprecher. Redmi bzw. Xiaomi hat hier einen richtig guten Vibrationsmotor verbaut. Laut Xiaomi den weltweit ersten Ultra-Wideband-Vibrationsmotor. Und wirklich, also wenn ihr auf gute Vibrationsmotoren steht, dann habt ihr mit dem Redmi K50 Gaming hier im Smartphone, wo ihr glaube ich sehr zufrieden sein werdet. Ich habe damit gerne Nachrichten getippt. Ich habe es gerne zum Zocken auch benutzt, diese Vibration. Also ich, der Vibrationsmotor, diesen hätte ich gerne in jedem Smartphone. Ihr habt euch vielleicht auch gewundert, warum rechts am Rahmen mehr Buttons zu sehen sind als üblich. Das liegt nämlich daran, dass am Redmi K50 Gaming noch etwas besonders ist. Nämlich, wir haben zwei Schultertasten. Wenn wir denn die Schieberegler hier betätigen und die Schultertasten sozusagen ausfahren. Wenn wir den Schieberegler aber wieder zurückschieben, dann können wir die Schultertasten auch wieder in den Rahmen hineinfahren lassen. Und das finde ich eine sehr coole Idee. So muss man nicht die ganze Zeit die Schultertasten drückbar draußen haben. Wenn diese dann aber da sind, dann kann man beide Schultertasten natürlich bei allen Games nutzen. COD, Genshin Impact, alle anderen Spiele, die ihr so könnt. Ihr könnt frei wählen, welcher Befehl dann auf welcher Taste liegt. Und wenn ihr noch keine Schultertasten bei eurem Smartphone hattet, dann lasst euch eins sagen. Das bringt euch auf jeden Fall einen Vorteil gegenüber anderen Smartphones, Zockern ohne Schultertasten. Aber ihr könnt die Schultertasten auch im System, im MIUI 13 bzw. im Android 12 System nutzen. Entweder drückt ihr einfach einmal rauf oder geht dann direkt in die Einstellung und guckt dann bei Pop-up Triggers rein. Und hier könnt ihr individuell für die linke Schultertaste und für die rechte Schultertaste den jeweiligen Befehl aussuchen. Entweder, oder bzw. was dann passieren soll, wenn ihr doppelt drückt oder wenn ihr gedrückt haltet. Dann könnt ihr die Taschenlampe aufrufen, die Kamera starten oder eine Bildschirmaufnahme starten. Hier habt ihr eine gewisse Auswahl und könnt dann entscheiden, was passieren soll, wenn ihr die Schultertasten im System drückt. Aber dann lasst uns doch jetzt auch einfach mal zu der besonders negativen Sache mit dem Redmi K50 Gaming AMD Champion Edition, wie auch immer. Petronas AMG Formel 1 Edition. Und zwar, das ist die Kompatibilität. Wir haben hier ja eine China-Variante, wie ihr schon mitbekommen habt, die man ja nur importieren kann. Und es gibt ja die eine oder andere China-Variante, wo die Kompatibilität hier für Deutschland kein Problem ist. Hier ist es aber leider Gottes ein bisschen anders, weil ihr habt einen guten 5G-Empfang oder werdet einen guten 5G-Empfang haben, aber leider Gottes keinen guten 4G-Empfang. Und 4G ist ja hier in Deutschland noch sehr, sehr, sehr wichtig, wie ihr ja wisst. Ihr habt nämlich kein Band 20, kein Band 28 und auch kein Band 32 bei dieser Redmi K50 China Gaming Edition. Also, wenn ihr das Gerät jetzt hier gut fandet in meinem Was-ist-besonders-am-Format, in diesem neuen Format, dann wartet am besten auf das Poco F4 oder wie es dann heißen wird. Weil ich denke, das Gerät hier, vielleicht nicht genau diese Gaming-Formel 1 Edition, wer weiß, vielleicht auch die, aber vielleicht nicht unbedingt die. Aber ein ähnliches Redmi K50 wird hier erscheinen auf jeden Fall, bloß unter einem anderen Xiaomi-Namen oder Branding. Das waren jetzt die Besonderheiten des Redmi K50 Gaming, die ich ansprechen wollte. Und da gab es schon einiges zu wissen, wie ich jetzt hier so am Ende des Videos, wenn ich so ein bisschen das Resümee passieren lasse, in meinem Kopf. Da gab es schon einiges, was man hier erzählen konnte auf jeden Fall. Ich hoffe, das neue Format hat euch gefallen. Nein, wird jetzt höchstwahrscheinlich öfters kommen, weil ich dachte mir einfach so, dass es jetzt, es gibt ja immer mehr technische Geräte. Und immer mehr technische Geräte, vor allem bei der Kategorie Smartphones, ähneln sich so stark, dass es doch cool wäre, wenn mal jemand um die Ecke kommen würde, wie ich jetzt. Und das einfach mal herausarbeiten würde, was es für Besonderheiten gibt. Und ich denke, dieses Format wird auch von Video zu Video immer kürzer. Die Videos werden kürzer, kann ich mir vorstellen, weil ich dann immer mehr wirklich mich nur noch komplett aufs Besondere spezialisiere. Ich hatte jetzt heute ein bisschen so den Drang, euch auch das eine oder andere nebenbei noch zu erzählen, was es hier bei diesem Smartphone gibt. Aber das nun mal so, wie ich mir es gerade aktuell denke. Wie es dann wird, werdet ihr sehen. Dafür am besten abonnieren, weil dann verpasst ihr diese Videos auch nicht, vor allem wenn ihr die Glocke aktiviert. Aber jetzt bleibt mir nichts weiter übrig, außer zu hoffen, dass ihr dieses Video hier, wie ihr erwähnt, interessant fandet. Und dass wir uns hoffentlich, ich hoffe es, im nächsten Video wiedersehen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Macht's gut.